Einen wunderschönen guten Tag, herzlich willkommen in diesem Video. Mein Name ist Dr. Med. Konstantin Wagner, ich bin Facharzt für Gynäkologie und Geburtsmedizin und ich möchte heute mit euch ein wahnsinnig brisantes Thema besprechen. Wir wollen aber alle Brisanz rausnehmen, das Ganze neutral beleuchten. Das macht man am besten, indem man sich auf die Evidenz bezieht, also auf die wissenschaftlichen Daten, die es aktuell gibt und jegliche Subjektivität und Eigenerfahrung rauslässt. Und das machen wir und sprechen heute darüber, was für Vor- und Nachteile gibt es denn bei der vaginalen Geburt versus der Sektio, also des Kaiserschnitts. Viel Spaß dabei. Und immer wenn ich den hier mache, dann heißt das irgendwie, dass die Terminologie erstmal geklärt werden muss. Ja, es sprechen viele Menschen in Deutschland und in deutschsprachigen Ländern vom Kaiserschnitt. Viele stören sich an diesem Begriff und sagen lieber Kaiserinnenschnitt, Bauchgeburt oder wer es wirklich medizinisch korrekt haben möchte und das mache ich sehr oft, Sektio. Wenn ich also von Sektio spreche, meine ich den Kaiserschnitt und wenn ich Kaiserschnitt sage, dann spreche ich Volksmund, damit auch alle verstehen, was ich meine. Wäre das erstmal geklärt. Zweiter Disclaimer. Dieses Thema ist extremst emotional und das auch zu Recht. Es gibt viele Frauen, die sich nie vorstellen hätten können, eine Sektio zu erdulden. Die haben sich vorgestellt, eine vaginale Geburt zu haben, aber es kam irgendwie anders und die haben sehr, sehr lange daran zu knabbern. Nicht nur die Frau, sondern auch eben Partner, Partnerin und haben da wirklich, wirklich Probleme mit das zu verarbeiten. Auf der anderen Seite gibt es auch viele Frauen, die sagen vaginale Geburt, never ever, ich wünsche mir eine Sektio und müssen sich vor allen Leuten rechtfertigen, warum sie sich dafür entschieden haben. All das soll heute mal ausgeblendet werden, geht uns auch gar nichts an, warum sich jetzt eine Frau zum Beispiel für die Sektio entscheidet oder eben nicht. Also wir wollen es wirklich neutralst möglich hier besprechen, damit wir gar nicht in irgendwelche Bredulien kommen. Dritter Disclaimer und dann geht es wirklich los. Hier geht es jetzt darum, wirklich unkomplizierte Schwangerschaftsverläufe zu begleiten und dann zu schauen, was macht eine unkomplizierte physiologische vaginale Geburt für Vor- und Nachteile und was macht eine elektive Sektio, also dieser Wunsch-Kaiserschnitt für Vor- und Nachteile. Es geht nicht um irgendwelche Risiken, es geht nicht um vaginal-operative Entbindungen, Zange-Vakuum-Entbindungen, es geht auch nicht um sekundäre Sektiones oder Notsektiones. Es geht wirklich um die physiologischen Abläufe ohne irgendwelche Vor- und Begleiterkrankungen. Und wir fangen mal an mit den Vor- und Nachteilen einer Sektio, denn hieraus erschließt sich natürlich auch die Vor- und Nachteilslage der spontanen vaginalen Geburt, denn da fallen natürlich auch zum Beispiel einige Risiken von der Sektio weg. Im Vorfeld habe ich euch mal gefragt, was seht ihr denn für Vorteile zum Beispiel bei der elektiven Sektio und viele haben dann gesagt, Beckenboden wird geschont. Planbarkeit, ich kann also meine Partnerin, meinen Partner irgendwo aus dem Ausland oder wo auch immer, Familie, von weit her einladen zur Unterstützung und ich weiß genau, wann es losgeht. Da geht es noch nicht mal um das Wunsch-Geburtsdatum, sondern einfach um auch organisatorisches. Weniger Traumatisierung, die traumatischen Geburtserlebnisse, die ja auch medial immer wieder zu Tage kommen, die fallen doch bei einer Sektio weg. Der Wehenschmerz ist weniger bis gar nicht vorhanden, denn bei einer elektiven Sektio macht man das Ganze ja quasi vor den Geburtswehen. Also ist dieser Faktor auch schon mal getilgt. Und was viele auch gesagt haben, hat mich ein bisschen überrascht. Ja, wenn man sich direkt auch sterilisieren lassen möchte als Frau, wäre das doch eine super Sache, denn man ist ja eh schon vor Ort und kann diesen Eingriff dann kombinieren, was ja auch stimmt. Und wenn es einen medizinischen Grund gibt, aufgrund irgendwelcher Vorerkrankungen, kann man das sogar von der Kasse erstatten lassen. Kam auch von euch. Und wir schauen uns jetzt mal die Evidenz an. Und das Ganze steht in der Leitlinie zur Sektio Caesarea. Kann man öffentlich einsehen, verlinke ich euch. Da sind alle Studien, alle Prozentangaben wirklich detailliert aufgelistet. Dann könnt ihr schön in Ruhe nachlesen, wenn euch einen Punkt besonders interessiert. Jetzt geht es erstmal um die mütterlichen Vor- und Nachteile bei der Sektio Caesarea. Und dann kommen wir nochmal kurz auf die kindlichen Vor- und Nachteile zu sprechen. Also, wie ihr sehen könnt, ist das quasi eine Tabelle für die Langzeitfolgen bei Frauen nach vorheriger Sektio. Also die Langzeitfolgen, die zu erwarten sind. Und hier sehen wir bei Urininkontinenz, Gebärmutterprolaps, also Senkungserscheinungen, haben wir schon mal den Punkt, scheint seltener vorzukommen. Heißt auch, dass der Beckenboden eben entsprechend weniger belastet wird als bei der vaginalen Geburt, was ja auch irgendwo logisch ist. Ich möchte eine kleine Anmerkung machen. Schwangerschaft per se ist aber schon eine Beckenbodenbelastung. Das heißt nicht, dass nur weil ihr eine Sektio hattet oder haben möchtet, dass der Beckenboden komplett geschont bleibt. Es gibt viele Frauen, die auch nach einer Sektio Beckenbodenprobleme und Senkungserscheinungen haben, weil eben die Schwangerschaft schon so eine starke Belastung war. Aber fest steht, statistisch ist natürlich die vaginale Geburt risikoreicher für Langzeitfolgen, was Inkontinenz und Senkungserscheinungen angeht. Und ganz unten sehen wir noch die postpartale Blutung, das ist die Blutung nach der Geburt, die scheint auch seltener vorzukommen. Und wenn man sich jetzt die anderen Punkte anguckt, ist ein ganz wichtiger Faktor die Narbe, die bei dem Kaiserschnitt eben entsteht, an der Gebärmutter. Denn da kommt es zu sogenannten oder kann es statistisch häufiger zu sogenannten Plazentationsstörungen kommen. Also, dass die Plazenta sich eventuell im Narbengewebe einnistet, was so eine Plazenta Akreta zufolge haben kann. Also ein wirklich invasives Eindringen der Plazenta, die sich dann nach der Geburt nicht mehr lösen lässt. Oder aber zu einer sogenannten Plazenta Brevia kommt, dass der Mutterkuchen über dem inneren Muttermund zu liegen kommt, was eine vaginale Geburt zum Beispiel unmöglich macht. Das Risiko einer Uterusruptur, also ein Kaputtgen quasi die Gebärmutterwand während einer erneuten Schwangerschaft, ist statistisch höher als nach einer vaginalen Geburt. Was auch auf die Nachteilsliste gehört, sind die Folgeerscheinungen nach einer OP. Vergisst man oft, man konzentriert sich immer nur auf den Kaiserschnitt per se, aber danach, das ist das Wichtige. Frauen nach Sektio haben ein erhöhtes Risiko für Thrombosen. Man hat im Wochenbett eh schon ein erhöhtes Risiko für Thrombosen und Embolien. Die absolute Gerinnungsaktivierung nach so einer großen OP, die verstärkt das Risiko noch. Außerdem haben wir natürlich durch mehr Wundfläche, haben wir auch erhöhte Risiken für Wundinfekte und auch Narbengewebe im Bauch. Und das kann natürlich auch wieder Schmerzen beim Stuhlgang oder bei der Periode begünstigen. Das sind alles Nachteile, die man natürlich bei der vaginalen Geburt entsprechend nicht hat. Und die Sektio an sich hinterlässt ja eine Narbe, die auch lange Zeit bleibt, für immer bleibt. Und da kann so eine genannte Istmozele entstehen, also eine kleine Einsackung an der Narbe von innen, wo sich auch Menstruationsblut sammeln kann, sodass es immer zu Zwischen- und Schmierblutungen kommen kann. Und oft beschreiben Frauen viel mehr Periodenschmerz, also Schmerzen während der Menstruation, nach einer Sektio als nach der vaginalen Geburt. Und man ist natürlich nach einer Sektio, die man in einer Klinik oder einem Krankenhaus hat durchführen lassen müssen, länger hospitalisiert mit all den Dingen, die da umher kreuchen und fleuchen. Also man hat eine höhere Hospitalisierungsrate. Man ist da vier Nächte zum Beispiel in einem Krankenhaus. Bei einer vaginalen Spontangeburt könnte man ja theoretisch auch ambulant gehen. Oder aber man ist ja gar nicht in einer Klinik oder Krankenhaus, sondern im Geburtshaus oder sogar zu Hause. So, und dann kümmern wir uns mal um das Kind während einer Kaiserschnittentbindung. Was passiert denn da? Also wenn man während der OP natürlich das Kind verletzt beim Schneiden, was super selten vorkommt, aber eben immer mal wieder vorkommen kann, ist natürlich ein Risiko, was es bei der vaginalen Geburt jetzt zum Beispiel nicht gibt. Was man sieht, dass Kinder nach Sektio, wenn sie geboren sind, Anpassungsstörungen haben, eine Zeit lang. Das bedeutet nicht, dass sie wochenlang oder sogar ein Leben lang Anpassungsstörungen haben, nur die erste Zeit nach der Geburt. Die holen das also wieder auf. Das liegt natürlich auch darin, dass während des Geburtsaktes durch den Geburtskanal bei der vaginalen Geburt die Lunge, die ja wassergefüllt ist, ein Stück weit ausgewrungen wird, so kann man sich das vorstellen, also entwässert wird. Wodurch die natürlich danach mehr Kraft haben in der Lunge und eben auch mehr Regulationsmöglichkeiten haben als die wässrige Lunge von Sektio-Kindern. Langzeitfolgen, um die mal zu beleuchten, da gibt es ja noch und nöcher Sachen, die so kursieren. Und wir beschäftigen uns heute nur, wo es Evidenz gibt, die aber, das muss man anmerken, nur eine gewisse Wahrscheinlichkeit vorhersagen. Es gibt also jetzt nicht schwarz auf weiß, seht ihr auch im Text, wie das beschrieben ist, dass man vermutet, dass es so ist. Dass zum Beispiel der Typ-1-Diabetes bei Kindern nach Sektio häufiger vorkommt. Man vermutet, dass Asthma und allgemein der atopische allergische Kreis häufiger vorkommt bei Kindern nach Sektio. Wobei wir den atopischen Formkreis ein bisschen ausgrenzen müssen und Asthma in den Vordergrund rücken müssen, weil dafür gibt es eben mehr Evidenz. Und was oft und lange Zeit jetzt so ein bisschen hin und her ging, Adipositas-Übergewicht. Wahrscheinlich haben Kinder nach Sektio ein erhöhtes Risiko an Übergewicht oder sogar Adipositas zu leiden. So, alle die Nachteile einer Sektio und die Nachteile der Sektio beim Kind zum Beispiel können wir jetzt ja im Umkehrschluss auf die vaginale Geburt projizieren. Das macht es immer ganz leicht. Brauche ich das nicht alles nochmal als Vorteile aufzählen. Jetzt konzentrieren wir uns eben auf die vaginale Entbindung und deren Nachteile. Und da haben wir einen wichtigen Punkt ja schon angesprochen, gleich am Anfang, der Beckenboden. Klar wird der Beckenboden massivst belastet nach einer spontanen vaginalen Geburt. Und viele Frauen haben auch nach Jahrzehnten später da Probleme mit Senkungserscheinungen, mit Inkontinenz. Weshalb ja die Rückbildung extremst wichtig ist und leider zu oft vernachlässigt wird. Riesenfaktor, Beckenboden ist stark belastet. Und dann bleiben wir auch beim Beckenboden eine Etage tiefer. Da haben wir Dampfverletzungen, Vaginalverletzungen, sogar Cervixrisse, also Geburtsverletzungen per se, die ja zu massiven Einschränkungen führen können. Was das Schmerzempfinden am Anfang vor allen Dingen angeht, das ist ja auch in der Leitlinie verankert. Gerade die ersten Tage sind heftiges Schmerzempfinden nach der Geburt. Bei der Sektio zum Beispiel hat man natürlich erst auch sehr starke Einschränkungen. Es wird dann aber per se besser und Langzeitfolgen auch beim Geschlechtsverkehr. Diese Vernähungen, die da vorgenommen werden, bilden ja auch Narbengewebe, was nicht funktionell ist. Und das kann wirklich zu Spangen führen, zu Schmerzen beim Einführen von Gegenständen und oder Penis. Und das ist natürlich auch ein Nachteil, den man nie vergessen darf. Dann seht ihr auf der Tabelle auch einen ganz wichtigen Faktor, der auf die Nachteilsliste der Vaginalgeburt kommen muss. Und das ist die Traumatisierung, der geburtshilfliche Schock. Nicht nur für die Mutter, die ein wahnsinniges Once-in-a-Lifetime-Momentum hat, sondern eben auch für Partnerinnen und Partner, die dabei sind. Das kann traumatisierend sein, gerade wenn man mit dem geburtshilflichen Management nicht einverstanden ist und sogar irgendwelche Übergriffigkeiten da vonstattengegangen sind. Also die Traumatisierung ist ein wichtiger Faktor, den es natürlich so bei der Sektio, die ja planbar ist, statistisch weniger gibt. So und ihr denkt euch jetzt bestimmt, das war es schon. Viel mehr kommt nicht. Da gibt es dann noch dies und das und jenen Punkt. Und ihr habt ja recht, da gibt es wahrscheinlich noch unzählige subjektive Empfindungen und Erfahrungen, wo ihr Vorteile und auch Nachteile seht. Das ist eben das, was statistisch erfasst wurde, wo es Evidenz hinter gibt. Und wir haben uns ja am Anfang darauf geeinigt, dass wir das heute nur besprechen. Auch wenn es vielleicht für euch persönlich noch ganz viele Punkte gibt, dürft ihr mir aber gerne mal in die Kommentare schreiben. Das würde mich extremst interessieren. Und abschließend noch der wichtigste Punkt, jede Art von Geburt, jedes Kind ist etwas ganz Besonderes, ob es jetzt die vaginale Spontangeburt ist oder aber eben der Bauchschnitt mit der Sektio Caesarea. Alles hat einen wichtigen, wichtigen Hintergrund beziehungsweise ein Ziel. Wir wollen gesunde Kinder und gesunde Mütter und da gibt es viele Wege heutzutage und das ist auch gut so. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe euch nicht erschlagen. Guckt euch wirklich die Leitlinie auch nochmal im Detail an, wenn ihr nehmen möchtet. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Viel Spaß. Bis dahin. Und tschüssi Kowski.